Dieses Video hier hat krasse Aufrufzahlen und deswegen muss ja auch was krasses passieren. Das hat auf jeden Fall mit Pokémon und mit Glurak zu tun. Ich bin sehr gespannt und falls du dich auch für solche Themen interessierst, für den Flohmarkt, für Retro-Videospiele, alte Trading Card Games und so weiter und so fort, dann lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Hier dreht es sich um solche Themen und ja, den Button dazu findest du unter diesem Video hier. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, worum es hier denn geht und was geht es hier bei dieser Glurak-Geschichte. Was ist denn? Wir sind früh, ist es okay, wenn wir uns nachher schauen? Okay. Wie laut ist denn dieses Ding da bitte? Ich hoffe, du bist der Nachbar. Wie im Schwimmbad. Ah, dieser Vorort hier schon wieder, ne? Wahnsinn. Schon mal grad was zu trinken? Was hat er da? Eine Kamera? Okay. Walkie-talkies. Um, some of this stuff hasn't been priced, but I mean, you have to look. It's not gonna be the way. Ich hab gerade gesagt, wir sind in den nächsten 15 Euro oder so, ja. Ich werde diese nicht holen, weil ich sie verabschiede, weil ich sie verabschiede. Hey, schau mal diesen großen Röster. Ist das denn ein Mülleimer oder was? Hier steht irgendwie Sony drauf. Sony ist aber nur ein DVD-Player, glaube ich. Oh, ich hab' einen Pfeil gemacht. Ich hab' nicht sicher, ob die Kameras sind. Ich weiß nicht, das ist ein Auge. Ja. Okay, oft ist es so, dass die alten Menschen denken, dass die alten Kameras nicht so wertvoll sind. Manchmal ist es aber auch so, dass die alten wertvoller als die neuen sind, weil sie eben schon Vintage sind. Muss man aufpassen, darf man nicht vertauschen. In dem Sinne. Oha. This is what we're going to call happening. Yeah. Okay. Everything that goes with this one, it's 50 yz. All the kids' clothes is in here. So I'm gonna- Everything works on that. He's about to say, let's just shut it down. That one works, but I'm not sure how good. Yeah. Ah. It's been a long since ... Okay, do you know how much you want for this one here? No, I don't. What do you think? 5$, das ist ein ziemlich altes. Ist das cool? Okay, danke. 5$? Ja, das geht auf jeden Fall für die Kamera. Habt ihr ja gerade gesehen, geht für 60, 70. Ja, ich habe ihn genommen, aber ich wollte ihn einfach nicht tragen. Ich hatte Angst, dass ich ihn verbreitet. Ah, diese Kamera hier und die Walkie-Talkies hätte ich glaube ich nicht mitgenommen. Da standen 3$ drauf. So ungefähr. Für die ganze Box von Kekpannen. Die Freunde kommen irgendwie unsympathisch vor. Euch auch. Also kein Disrespect, aber irgendwie ist sie seltsam. Ist sie schlecht drauf? Dann könnt ihr die Uniforme halten, wenn ihr wollt. Viele Kekpannen sehen. Wie ist 20? Baby sie sagte 20, was denkst du denn? Ich glaube, es gibt 10. Und dann ist ein... Eine Stand ... Ist dann ein bisschen Kekpann? Ich brauche die Sorge. Ok, dann sage ich nur, das ist in da. Was ist das? Wer flistert denn da? Das wacht man doch nicht. Hat sie jetzt gerade verhandelt? Hat sie jetzt gerade gesagt, willst du 15 machen? Okay, strange ein bisschen. Ich meine, sie sind älter. Sie sind 38 Dollar. Okay. Ich weiß, das ist der Change. Ich habe keine Videospiele oder was? Na endlich, Junge! Endlich fragt ihr mal nach Videospielen oder Karten oder so. Unser Ding, ne Leute? Game-Konsoles und so. Oh, danke. Letztlich nicht da in der Tüte sind die Games. Das ist ja zu krass. Ich habe gar nicht geschaut, was die ganze kleine... Okay, du hast ein PSP-Games. PSP-Games, meine lieben Freunde. Ich habe gestern auch bei Instagram einen Aufruf gemacht. Ja, folgt mir da gerne. Ich suche auch PSP-Games. Zum Zocken aber eher, ne? Ich würde die gerne spielen und mir danach hinstellen oder so. Also wenn ihr welche habt, günstig abzugeben habt, dann meldet euch gerne. Ja. Beste Gefühl, sie gibt ihr eine Tasche und du sollst reinschauen, was da drin ist. Geil wäre jetzt. Manhunt, Death Jam. Sogar die Final Fantasy Teile, glaube ich zum Teil. GTA ist sowieso drin. Oh, ja GTA sah ich doch. Metal Gear auch. Okay. Greatest Hits mag ich nicht so gerne, ja. Platinum Edition, Greatest Hits, nee. God of War auch cool. Untold Legends hat Bock gemacht. Habe ich damals, als ich jung war, gespielt. How much, how much? Price. Akku drinne, ja. Die Akkus, die geben immer den Geist auf, hier bei einer PSP. Na. Na los. Any idea how much you want for the bag, or? Do they have a game in it? Most of them, one of them is missing, but it's probably in, there's like little cases. I think there's some games in there as well, so. It's probably in one. $20 sag ich. Sagt sie. One of those. Oh, let's see. Okay, yeah. 15? I'll give you more than that. Okay, I was gonna say 20 to start with. I'll give you 20 for it, yeah. Okay, thank you. That's cool. Yeah, good, okay. Also? Hatte ich recht, oder Leute? Das zählt noch. Na endlich lach die mal! Endlich lachst du mal, Fräulein, ja? Du kannst das auch weitergehen. Die Sonne scheint, es ist Flohmarkt, da kann man ruhig lachen. Kopf hoch! Das ist cool. Du weißt, das ist der erste PSP, den ich in der Yard Sale gesehen habe. In einem langen Tag. Ja, da ist ein PSP in da. Gut gemacht, Babe. Das ist das, was passiert, wenn du runterkriegst und die Kugel in deinem Kopf. Ich dachte, vielleicht war es mir. Ja. Er hat das Wasser in den Ornamenten. Viel Elektronik hat er hier, ja? Hat er sich darauf spezialisiert vielleicht? Ja. Oh. Oh, was haben wir denn da? Spielsachen. Ja, guck ich immer gerne nach. Gibt es leider in Deutschland sehr wenig. Bin gespannt, was da jetzt zu finden ist. Oh, Actionfiguren ohne Ende, Mann. Ohne Ende. Kann man auch gut Geld mitmachen, ne? Ja, würde ich auf jeden Fall reingucken. Keine Videogames? Nein, keine Videogames. Oh, auch nicht schlecht. Cool, cool. Fünf Dollar, vier Dollar, würde ich bundlen, alles mitnehmen. Safe. Welche Toys sind sie? Die meisten Kinder. Ein paar Kinder. Okay. Die sind cool. Oh, die sind gut. Zwei Dollar? Ja, machst nix falsch. Ja, ich bekomme das. Und das. Und das. Und das. Die Star Wars. Das ist ein ziemlich cooles. Oh. Auch zwei Dollar. So, ich mach das und dann... Das ist das. Micro-Machines. Ja, es hat die kleine Leute drin. Ja. Micro-Machines, das sind die kleinen Miniaturwelten. Ja, gab es dann auch kleine Figurchen dabei und so. Oh, lohnt sich. Bluebird vielleicht, ne? Polly Pocket, kennt ihr. Sowas in die Richtung. Micro-Machines sind alle da in der Bag. Ja. Wir haben einen großen von diesen, oder? Ja, wir haben einen großen von diesen. Sind es von diesen Vintage-Gia-Jos oder was? Ja, ich weiß, diese sind alle. Oh, wie viele Figuren. Wahnsinn. Was ist das Kamera? Von dem Show? Ich habe einen YouTube-Kanal. Wir machen... Wir gehen nur zu unseren Zellen und finden Dinge. Und dann zeigen, was du hast und was. Ja. Was ist das Channel? Es heißt, Thrifting Through It All. Thrifting Through It All? Ja. Okay, wir sind zu abonnieren. Ich freue mich. Danke. Hier geht's. Guck mal, in Deutschland wäre das nicht möglich gewesen. Ja, da darfst du nicht einfach so filmen, ohne dass er es weiß. In Amerika gibt es andere Gesetze, da ist das kein Problem. In Deutschland nicht, ja. Hier hat sogar schon Solmecke geschrieben. Er wird hoffentlich bald ein Video dazu machen. Ich freue mich. Aber die reagieren natürlich auch anders auf sowas, ne? Ja, was machst du da? Filmen für meinen YouTube-Channel? Ey, cool. Direkt subscribed und so. In Deutschland. Mach die Kamera los, jaja. Filmst du gerade? Warum? Was ist das denn? Na ja. Gut. Das ist gut. Es hilft. Du bist jetzt nur ein Follower. Oder ein Follower. Ich bin die einzige Person, die wir folgen. Ja, ich bin nicht auf YouTube. Er ist der YouTube-Gerl. Ich bin besser auf. Ich möchte jetzt alle Star Wars Sachen. Alle Star Wars Sachen? Ja. Es hat sich um 40 Dollar. Würdest du 30 Dollar nehmen? Ja. Das ist der Bus. Oh ja. Ich will nicht. Ich will nicht. 10 Dollar runtergezogen. Nicht schlecht. Also der Typ handelt gut, ja? Ich weiß, viele von euch mögen das nicht. Das ist vielleicht ein bisschen dreist. So kommt das rüber. Aber ich mag das. Für mich gehört das dazu. Sag ich immer wieder. Ich finde es cool, dass er handelt. Ja, machen wenige in Amerika. Deutschland wollte ich schon sagen. Ich hätte definitiv noch nach dem Figürchen geguckt. Ja, die hätte ich nicht liegen lassen. Sah so aus, als wäre da noch mehr Vintage dabei gewesen. Leute, manchmal hat man das Gefühl, dass man... Ja, wie soll ich sagen? Der Flohmarkt ist super. Man kauft mal ein großes Lot. Aber trotzdem darf man da nicht vergessen, noch genau weiter zu gucken. Versteht ihr, wie ich meine? Ja? Also ich hätte da definitiv noch ein bisschen Zeit verbracht. War das verständlich? Ich glaube ja, ne? Eine alte PS1. Ja. Ich sehe die nicht sehr oft. Was? Hast du dir die Idee, wie viel du willst für das alles? Für das alles? Ja, für alle die Spiele und dann das. Das hat Crash Team Racing drin. Oh, Crash Bandicoot drin, ne? Ja. Ähm. Mach mir eine Offer, ich denke. Ähm. Let me see. Of course, die Sports-Games sind die alten Sports-Games, so sie sind nicht wirklich viel wert. Aber da sind einige gute Onze. Monster Hunter World ist eine gute Onze in der Bioshock Collection. Um. Um. 40 sagt er? Für diesen Mann, für beide. Für alle. Ich gebe dir ca. 30 Bucks. Okay. Ist das fair? Ja. Der gefällt mir, Alter! Der hat's drauf! Das ist ein guter Preis. Das ist ganz neu. Wir haben das nie benutzt. Ja. Es hat nie aus der Box. Du willst den Eis-Cream-Samon-Maker? Für dich? Ich bin gut. Nächste Garage! Ja, was gibt's da zu holen? Oh, was hing denn da für ne Jacke? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, nix besonderes. Ich dachte erst ne Bullsjacke. Ich fühle mich zu schlecht in hier. Ja. 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 Ich habe meine Fangen auf den Knopf. Also, wir haben 5 Bucks. 50 Cent. Noch 50 Cent für dieses Ding. Also, das sind 6 Bucks. Du sagst, das war 2 Dollar. Was war das jetzt hier? Ja, das ist 2 Dollar. Und dann der Ball. Der Ball ist 75 Bucks. Danke. Vielen Dank. Ah, eine alte VHS-Kassette. Man denkt immer, die sind teuer, aber... Das haben wir da denn, ne? Auf den ersten Blick nix besonderes. Da haben wir ein paar Games. Uncharted ist das hier. Für die Playstation 4. Uncharted Collection und Batman, nicht schlecht. Was? 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 Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Du sagst mir. Huh? Was ist passiert? Destiny würde ich nicht mehr mitnehmen. Oh, ja? Oh, ja? Oh, ja? Oh, ja? Oh, ja? Oh, ja? Erich, kannst du ihm das ganze Ding in DVDs für ein Sepp Christ? Ja, das ist das? Ja, das ist ein Bucket Sale. Hahahaha. Oh, guck, nimmt er auch nicht mit. Oh, ich nehme nur einige Spielzeuge. Diese hier. Sehr gut, ich bekomme dir. Danke, Herr. Hey, du hast mir einen Karte gebracht. Es ist dein. Boah, der Typ ist so, ja, so aufgeschlossen, so, ja, ihr wisst schon, nicht mein Ding. Well, everything's got a price tag, you just gotta make an anchor. You got any other video games or consoles or Nintendo, 3DS, any of that kind of stuff? I got an Xbox 360. Oh, okay. No problem. How much are the games? I got three games on my Xbox. I'll grab this one. Was hat sie gesagt? 3$? Ah, 5$. Also die Freundin hat keinen Bock, das merkst du direkt. Pretty quick. Thank you all. Have a good one. Jetzt sind wir auf dem Flea Market, das ist ein richtiger Flohmarkt dort. I'm gonna watch. Okay. Good prices, eh? Good prices. Ja, ist halt alles noch verpackt und so, kann man machen, ist jetzt nicht so meins. Muss wir ein bisschen ranhalten, meine Frau wartet mit Essen. Danke. 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 Alright, Leute. Before I look at these Pokemon Cards that this guy is pulling out for me, I want to say a couple of things. A lot of the cards in the binder were fake. I am very... Welche Pokemon Karten? Ich hab die nicht gesehen. Very professed on Pokemon Cards. I've been collecting on my entire life. I love Pokemon Cards. That's something about me, but you might not know. But, um, I buy them all the time, grade them. Um, there were a lot of fake ones and a lot of the good ones were fake. And then the ones that weren't fake that were good, like the couple Charizards, were in just horrible condition. Um, you know, whiting on the back bins, uh, just... Stopp mal, also, er hat uns noch nicht die Karten gezeigt und sagt das jetzt schon, oder was? Really damaged. Probably, like a PSA 3 to 5, and it's just not worth what he was asking. I could probably have made my money back, or, um, you know, got them graded, waited a year to get them graded, because that's what it takes right now, and made my money back, but it just wasn't really worth it to me. Also, you're gonna see in the video, the guy was, um, he was pretty rude. Was ist denn jetzt verkehrt? Ich hab das so gar nicht gesehen. And kind of really obnoxious towards, towards people, so, uh, uh, that made me kind of not want to deal with him either. So, uh, yeah, you run into this sometimes at flea markets, guys. It's just how people are. And, um, you know, like I said, the price was pretty crazy. And then, also, with the way... Er sagt, der Typ war auch unfreundlich. ...he was acting, I... I didn't really feel comfortable dealing with this guy, so... I just left him, but, I'll let you guys look and see what's in there, and you can let me know what you think. Okay, jetzt kommt also die Szene, die er grad meint. Und für mich kommt das direkt schon so rüber, als wäre er ein typischer Flohmarkt-Verkäufer, der halt immer dort ist. Ja, so sieht der auch aus, ein bisschen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Mal sehen, ich bin sehr gespannt. Let's take a look at the one, I appreciate it. If there's anything cool in here. Yeah, there's good, there's good cards in there. Hier unten, erste Glurak. Er hat er gesagt, meistens waren da Failkarten drinne. Some Japanese, so that's a cool card. Yeah, there's all kinds of good stuff in there. Japanese by Japanese. Ist keine echte? Mind if I pull it out, just to check the condition? Well, I mean a little bit, yeah, go ahead. I mean, you can look good and then... If everybody pulls them out. Ist natürlich ärgerlich, ne? Ja, denkst du hast jetzt eine gute Karte gefunden, aber dann ist sie nicht echt. Yeah. I mean, just... I thought, cause the hollow pattern... That one's good. Charizard, okay. Pipi, die sollten echt sein, oder? Some base Charizard there. Just scratched. Hier unten auch. Mh, Bullnona. Entei ist natürlich auch echt. Nidoking ist echt. Sieht echt aus hier oben links. This one. Base Set 2. Mango, I heard with that. Aber coole Karten sind drin auf jeden Fall. Hier haben wir das Fossil... Ähm... Polo. I want $100 for it now. I wouldn't search for you for nothing. Not no 35 dollars, no damn ladder. Der klingt wie so ein Redneck, der Typ, ne? Ja, gut. Was heißt? Viele Menschen kommen damit nicht klar, aber ich glaube, das sind einfach... Ja, die Arten... vieler Amis, ja? Die man sich so ein bisschen einlassen muss. Die sind gewöhnungsbedürftig, glaube ich. Oh, somewhere. Ein paar ancient Mews in hier. Ist ziemlich cool. Oh. Musi Scarados? Cool. Das ist eine coole Sache in hier. Ich mag meine Kindheit, man. Ja, ich meine, auf dem anderen Buch gibt es die erste Edition, aber es ist nicht so großartig. Aber es ist... Jetzt die Frage, was will er dafür? Ja, ich liebe diese Binder. Meine Mutter hat das, aber... Hat er jetzt hier auch richtig gemacht? Er hat den ersten Binder unter den hier gelegt, damit auch keiner rankommt. Super. Ja. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe ein paar meine guten Karten aus. Die ersten sind wirklich gut. Okay. Aber sie hat... Sie hat... Sie hat vier Buchs, ich glaube, das alles. Das ist gut. Das ist gut. Keine Holos drinne hier. Was ist das? B-Maxes. Yeah. Sie hat das. Ah, da kommen die Holos. Sind auch ein paar neue dabei. Amazing Warriors, Ocean. Okay. Okay. Yu-Gi-Oh! Karten sogar. Blue-Eyes, White-Dragon hier oben. Preis, Preis! Ah, jetzt geht's los, ja. Also, ich weiß genau, was hier los ist. Der Typ kennt sich aus. Ist klar. Er kennt sich auch aus. Und jetzt will keiner am Preis sagen. Und dann kriegen sie sich ein bisschen in eine Köppe. Ist logisch. Er will ihm das nicht günstig. Verkaufen. Ich glaube, er hat auch gemerkt, dass er filmt und so weiter und so fort. Die Vibes sind nicht gut. Schwierig. Aber er wird wahrscheinlich zu beaten. Du hast wahrscheinlich versucht, zu gewinnen. Und du hast versucht, zu kaufen und Geld zu machen. Nein, ich bekomme diese Art. Ich bekomme diese Art. Ich bekomme diese Art. Ja, ich bekomme diese Art. Es wird mehr in meine Karte gehen. Wenn es gut ist. Frag doch erstmal nach einer Karte hier. Zum Beispiel dem Garados. Er will 400 Bucks haben. Für beide. Ist gar nicht mal so hoch. Neocards. Aber welche sind denn jetzt nicht echt? Also ich finde 400 okay. Ganz ehrlich. Und da gibt es ein paar, was sie nennen? Legendary? Oder was sie nennen? Ein paar Speckles? Die EXs und so. Er hat noch viel mehr Karten hier. Das sind die Magic Karten, ja. Well, let me think on it, man. I appreciate you letting me look at them. I love looking at this kind of stuff. You get so many vibes of these cars, dude. I'm sure there's some crazy value there, man. Magic. If you got the time to sit down and scan it all. I'm sure there's a lot of value in there, but... I appreciate you pulling them out. Let me look at them, man. Where did Noah go? What's going on, guys? Welcome back. We are back from Yardshales today. It is Saturday. And we got some pretty awesome stuff. We went to... Probably about... Five Yardshales, I would say. Yeah, nothing crazy. And then we... Google Nest Protect. It's like a smoke alarm, I believe. I pay five dollars for that. It goes for about fifty. Yeah, good, guys. If you want to watch the original video here, you can see what he bought. Here, the Star Wars stuff might be interesting. But my wife has eaten. And, yeah. If you want to watch the video, check out the info box. There is the original video link. I thank you for your attention. And I hope you have been able to subscribe. Then we'll see you in the next video. If you took the map with, or if you took the map for 400? I already. Schreib it in the comments. Bis bald. Ich bin's, Dean Trap.